...bewusst unsere Transparenz mitgebracht, löst die NATO endlich auf. So, wir werden jetzt als erstes ein Grußwort hören eines türkischen Parlamentariers, das Fatsionkose-Mitglied Leventrüssel, vorgelesene Spazide. So, wir lesen das von Femmich. Liebe Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner und Kriegsgegner, im Namen des Europäischen Konkretes, Herr Döker, du bist nicht hierherzelt. Wir werden jetzt in den nächsten Grußwort, eine Grußwort, die wir hier verwalten dürfen. Auf der Verscheidung sind wir aktiv, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei beginnt die Wichterunterschüttelung aus Saudi-Arabien, Katar, USA, Frankreich, Deutschland, Niederlanden und anderen NATO-Systemen. Das Wichtgegner-System aus Deutschland und den Niederlanden ist, soll in den Provinzen der Übergrößen, Sannloser und Gratland gestationiert werden. Die Stationierung an der Kräfte zu Syrien ist der erste Schritt für die Einrichtung einer Flugkonstruktion über Syrien, für die die AKB-Regierung sich seit langem Stand macht. So soll ein Gebiet geschafft werden, in dem sich die bewaffneten Milizen ungestört bewegen können. Alle anderen Argumente, die ins Feld geführt werden, entbehren jegliche Glaubwürdigkeit. Denn das System wird nicht zum Schutz von Artillerie und Granatenbeschuss von jemals vergrenzt. Die Entsendung von Truppen aus Deutschland und den Niederlanden wird dazu führen, dass die Spannungen in der Region steigen werden. Die große Mehrheit der Bevölkerung in der Türkei ist gegen einen Krieg gegen Syrien oder Grat. Was wir heute brauchen, ist nicht die Vertriebe der Neustürksten-Fassenbruderschaft, sondern eine Sprache durch die Kriegstreiber. Wir müssen unsere Kräfte gegen den Krieg und für ein Leben in Frieden bündeln. Lass uns diesen gemeinsamen Kampf verstärken. Was wir jetzt? Was wir jetzt? Wir müssen uns diesen Weg wiederholfen. Wir müssen uns diesen Weg wiederholfen. Wir müssen uns diesen Weg wiederholfen, um die Regierung zu verholfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.